Die Wände, sie stehen unter Strom! Die Steuerung ist zerstört, Meister Plo. Wir können von hier aus nichts mehr tun. Ich kann mit dem Rettungsmanöver erst dann beginnen, wenn wir die feindlichen Kanonen ausgeschaltet haben. Wir kümmern uns um die Kanonen. Versucht ihr den Kreuzer zu landen, uns läuft die Zeit davon. Ich gehe und helfe meinen Leuten. Vielleicht kann ich uns mehr Zeit verschaffen. Viel Glück. Aufpassen! Geh! 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 Die Yen-Yen. Die Luft ist rein, Meister Pluch. Bringt den Kreuzer runter auf die Plattform. Zieht den Befehl zurück, Meister. Es gibt keine Möglichkeit, die Leute hier raus und nach oben zur Landeplattform zu bringen. Aber ich hab ne Idee. Wenn der Kreuzer sich unterhalb der Anlage positioniert, könnten wir uns auf das Schiff abseilen, falls Admiral Coburn nahe genug ranfliegt. Ihr habt Kommando Tanno gehört, ich brauche Männer oben mit Raketenrucksäcken und Seilwerfern. Bewegt euch! Yes, Sir! Ah, kommt bei Saki Nobi. Ich weiß, ein Jedi tötet keinen unbewaffneten Mann. Ich bin kein Jedi. Ich bin kein Jedi. Ich bin kein Jedi. Ich bin kein Jedi.